Spinner? Nein, nicht du. Entschuldigung, ich muss mich hier mal kümmern. Ey, was soll denn das werden? So, jetzt wird abgerechnet. Verschwinden Sie! Na, du verschwindest! Schämst du dich gar nicht? Es geht Sie in Dreck an. Glaubst du wirklich, dass du damit durchkommst? Hauen Sie ab von meinem Boot sofort! Du verdreifst mich hier nicht, du nicht! Wie sieht das denn aus hier? Fehlt denn irgendwas? Ihr hättet das wenigstens putzen lassen können. Immerhin haben Sie es wieder, Herr Pohl. Hat aber auch lange genug gedauert. Was für ein Team!